Jingle Bell Hallo und herzlich willkommen zum DulliTV Adventskalender Heute ist der 5. Dezember Morgen ist ein Nikolaus Wie er weiß, man muss was rausstellen Und zwar seine Schuhe Damit man da Geschenke reinkriegt Richtig Und wir zeigen euch jetzt Wie man es richtig macht Wie man verdankt nochmal die geilsten Geschenke kriegt Wie man viele Geschenke kriegt Und wie man es nicht machen sollte Wie man keine Geschenke kriegt Wie man viele Geschenke kriegt Man beachtet das Volumen Das waren unsere Tipps zum Nikolaus Wie man keine Geschenke kriegt Und wie man viele kriegt Fallt auch morgen wieder ein Wenn es wieder heißt Ein Neuer Adventskalender von DulliTV Machen wir neue Stimme auf Jingle Bell Boat 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 Bis zum nächsten Mal.